Mein Name ist Steffen Bekocek und ich bin Abteilungsleiter von unserer Werkstatt Instandhaltung. Unser Aufgabenbereich hier ist die Störungsbehebung an unseren Verpackungsmaschinen und an unseren Sortiermaschinen. Aber es macht Spaß. Es ist halt immer wieder was Neues. Immer wieder neue Maschinen, mit denen man zu tun hat. Immer wieder neue Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Und das macht einfach Spaß. Vor allem halt bei uns im Team. Das ist halt echt super. Ich finde es einfach gut, wenn ich Sachen machen kann, wenn ich das selber anfangen kann. Ich würde sagen, Abwechslungsreich ist eigentlich immer was anderes. Lust und flexibel sein. Das ist eigentlich das, was zählt. Teamfähigkeit natürlich. Wir sind hier ein junges Team bei uns. Und es ist dann, wenn man das so hört, dass jeder vierte Apfel, der gekauft wird in Deutschland, im Einzelhandel von der Elbenhubs kommt. Das ist dann schon ein gutes Gefühl, wenn man dann halt auch sieht, was man auch hier so geschafft hat. Finanziell lohnt sich das auf jeden Fall, ja. Bis zum nächsten Mal.